Je mehr wir digitalisieren können und automatisieren können, umso besser. Mein Name ist Thomas Kranzler, ich bin Geschäftsführer der Syspo-Gruppe Betonbauteile. Die Digitalisierung ist für unsere Mitgliedsunternehmen eine der aktuell wichtigsten Aufgaben, die wir vorantreiben im Rahmen von Forschung. Und das ist die Zukunft, ganz klar. Also da müssen wir hin. Das fängt an bei papierlosem Office und auch papierlosen Werken bis hin Robotik, erste Überlegungen zur KI etc. Also je mehr ich digitalisiere, umso mehr schließe ich den Einflussfaktor Mensch aus, mit all seinen Vor- und Nachteilen natürlich, das muss man ganz klar sehen. Die Digitalisierung trägt natürlich auch dabei den Fachkräftemangel. In allen Ebenen, die wir haben, entgegenzutreten. Ganz klar, uns fehlen. Das Personal wird immer weniger. Je mehr wir digitalisieren können und automatisieren können, umso besser. Die Digitalisierung wird die Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch vorantreiben, einfach weil man Prozesse optimiert. Weniger Verluste, Materialverluste, ja auch wieder Zeitverluste. Wenn man computerbasiert ausrechnen lässt, wie man bestimmte Wege fährt, Abläufe organisiert, dann ist das auch ein Beitrag natürlich zur Einsparung von Ressourcen. Weiter, über sie. Das Neum. Das Neum. Das Neum. Das Neum. Das Neum. Untertitelung des ZDF, 2020